so noch mal wunderschön guten morgen meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren altcoin update heute dienstag chainlink sehr sehr interessanter markt spielt sich genauso aus wie ich es schon seit juli berechnet habe und wie es auch am freitag ist dann gesagt hat gesagt habe meine erwartungshaltung was ich für die nächsten stunden und tage von chainlink erwarten erfährst du gleich hier und zwar direkt nach dem intro bis gleich jb training und da sind wir auch schon wieder hierzu chainlink chainlink hat hier übergeordnet gehe ich auch noch mal ganz kurz darauf ein für die ganzen neuen zuschauer hier auf meinem kanal übergeordnet hatten wir hier bei training diese wunderschöne sequenz wo wir hier perfekt ins ziel level getragen haben das hier ist eine impulsive bewegung gewesen und ganz klar impulsiv keine neuen lower lows in den korrektur level ständig higher lows higher highs hier hinten war mal so ein kleiner bereich wo man sagen könnte okay jetzt könnte sich der markt wenden hat aber nicht der hat hier das wunderschön respektiert und hat hier in zieler will getragen dann müssen wir eigentlich auch noch eine kleine interne sequenz haben genauso hier werde noch was intern ist möglich gewesen perfekt ins ziel getragen hier oben ok also und danach nach diesem wunderschönen impuls nach oben und gab es gibt es hier seit juli diese korrektive abwärts bewegen ich habe diesen chart hier wo ich hier habe das gelbe und das rote hier habe ich das gelbe habe ich seit juni drin das rote seit juli und ich habe im juli gesagt ich erwarte dass der markt genau das hier macht ich habe hier nichts reingemacht reingeschnitten ja guckt auf telegram wunderschön ausgespielt hier diese rote sequenz wunderbar zu ende gebracht leicht überextendiert perfekt hier aus diesem weißen trendwende bereich jetzt nach oben reagiert hier hatten wir noch eine interne weiße sequenz der herausgenommen beim letzten update waren wir hier in diesem bereich samstags update war ich glaube da waren wir noch hier unten ich habe dann gesagt ja ich will eigentlich dass die markt noch etwas höher geht und zwar einfach aus dem grund ich habe eine erwartungshaltung da gehen wir auch gleich darauf ein wir nehmen jetzt mal das bärische hier raus sonst verwirrt das nur so das nehmen wir auch raus fertig das was man drin sieht so schön aus also wie gesagt ich erwarte vom markt dass eine wenn er sich in meinen augen stark bullisch aufbaut erwarte ich eine überextension vom ziel level das ist hier das grüne ich gehe davon aus dass er hier höher geht ich erwarte es vom markt ja trading hat viel mit erwartungshaltung zu tun also wir sind aber hier in einem bärischen trendwende bereich diese bereich geht von 7 dollar 1 bis 7 dollar 52 kann man sagen der markt hat hier jetzt erstmal beim 66 siebener halt gemacht von diesem bärischen trendwende bereich jetzt kommt aber das aber ich würde den markt hier nicht schocken hier würde ich es nicht machen es geht einfach darum meine erwartungshaltung ist dass wir hier bullisch auf chain link sind ich erwarte von dieser grünen sequenz erwarte ich eine deutliche überextension ich habe gesagt am liebsten wäre es mir wenn wir hier mit diesem die 7 90 herausnehmen das wäre auch gleichzeitig das 100 extension level von diesem übergeordneten bullischen fahrplan von dieser weißen box wo uns hier endgültig aus dem bärischen gefilten herausbringen würde und zwar hoch auf 86 86 86 bis 9 50 ungefähr ja das ist das was ich erwarte denn es ist sogar nur die interne sequenz die weiße geht sogar noch deutlich höher ja sehen wir hier oben die weiße geht hoch bis 11 13 dollar also 12 dollar knapp ja mich gerade gewundert das passt noch nicht zusammen also es ist dass ich würde dem markt hier nicht shorten es ist ein möglicher trendwende bereich wir haben hier eine überschneidung aber wenn ich davon ausgeht dass wir hier extrem bullisch unterwegs sind bei chain link das sind wir in meinen augen erst wenn wir diese levels rausnehmen wenn wir diese grüne sequenz über extendieren ich brauche dafür die bestätigung dass wir hier wirklich extrem bullisch sind damit wie ich weiß okay ich kann mich hier mit guten gewissen in einem gkl positionieren das nehmen wir raus das pc ok deswegen was erwartet jetzt für chain link wie gesagt erstmal dass wir hier etwas höher gehen ich will das vom markt sehen ich will es sehen ob das macht weiß nicht weil wie gesagt wir sind hier in einem belgischen trendwende bereich ziel level ist abgearbeitet worden aber ich erwarte dass er höher geht und danach werde ich mich falls er höher geht kommt davon wie hoch er geht werde ich mich hier bei chain link langfristig in einem großen swing trade long positionieren und zwar in diesem bereich von sagen wir 6 oder 50 bis runter zu 6 dollar falls er hier höher steigen sollte für die nächsten stunden ist bei chain link eigentlich nicht wirklich viel auszumachen wie gesagt hier ganz ganz gefährliches spiel wenn man hier schautet wir sind zwar auf dem vier stunden time frame deutlich über verkauft über gekauft ja aber wenn der markt sich bullisch aufbaut und dass man die rakete zündet dann seht ihr hier dann sind wir noch weit weit von den 85 punkten entfernt ja wir sind jetzt gerade bei 71 also es ist noch luft nach oben auf dem rsi und wir sollten das hier auf jeden fall rausnehmen damit wir hier das bärische zerstören und zwar können kann ich euch auch genau sagen was welches level hier für mich wirklich wichtig ist hier sehen wir es die 7 dollar 84 also wir sollten auf jeden fall wäre nicht schlecht wenn wir jetzt gleich die 8 dollar rausnehmen würden bevor wir die korrektur an bevor wir zur korrektur ansetzen aber wie gesagt hauptsache hier erstmal drüber in diesem bereich 7 90 7 dollar 92 sollten wir rausnehmen wäre nicht schlecht aber das müssen wir gucken wenn der markt schon zu seinem impuls ansetzen sollte hier das auch überschießen in meinen augen ob es macht weiß ich nicht wer es nicht macht dann wird hier die wahrscheinlichkeit dass wir hier unten aus einem gkl bullisch weiter aufbauen unwahrscheinlicher bei werden dann hier stand jetzt sollten wir das hier nicht rausnehmen higher lower highs ja nach wie vor lower highs jetzt hier lower high lower high lower high lower high und noch mal lower high ja ihr sitzt hier ganz klar ganz klarer trend wir sollten den trend hier nach oben verlassen zeichnen uns hier auch eine trendlinie ein wir hatten hier schon den ausbruch nach oben ja also wie gesagt wir müssen hier diese heiß rausnehmen dass ich eine bestätigung bekommen ok hier geht es erstmal tiefer oder wenn wir tiefer zurückkommen kann ich mich mich kann ich mich mit ruhigen gewissen long positionieren dann steigt einfach die chance dass wir hier bullisch unterwegs sind wenn nicht dann können wir auch bei chain link nach wie vor tiefere preise sehen je nachdem wie hoch wir gehen ja ich habe schon beim letzten update für euch eingezeichnet sollten jetzt hier bei chain link zum beispiel auf die 7 80 85 hochgehen und hier abgewiesen werden in diesem bereich dann sind preise von drei dollar per chain link noch möglich deswegen brauche ich vom markt meine bestätigung für meine erwartungshaltung davor kann ich dass sie nicht traden schaut auf den kleinen time frame machen wir das ja mal raus sonst irritiert das auch nur dass sie können wir auch raus machen noch ist es nicht soweit also auf dem kleinen time frame hier 30 minuten time frame ist nichts zu machen stand jetzt wie gesagt ich wenn ich hier schaute der markt hier in diesem bereich schaute würde ich warten bis ich eine bestätigung habe weil sonst chain link ist halt ein alkohol wenn ich hier ein stop loss kann ja noch von 23 prozent setzt und ein prozent ja normalerweise ein prozent ja der markt ist jetzt hier selber bis zum 78 6 sind es vier komma also viereinhalb prozent der markt kann hier auch ruhig bis nach oben hin durchgehen ja ich würde erstmal auf die bestätigung warten und eine bestätigung zum schaden wird in dem fall so aussehen wir würden hier eine reaktion nach unten sehen los hochgehen in diesem bereich und dann abverkauf dann würde ich mich schon positionieren in seinem großen bereich weil immerhin ist dieser short bereich 7 prozent groß würde ich nicht sofort neben des level zum schaden aber ja wie gesagt jeder wie er selber machen will schaut möglichkeit gäbe es hier aber ich bin für wenn ich für chain link bullisch bin dann erwarte ich eine überextension von diesem ziel level und gucken wir mal ob sich das ausspielt bis jetzt machte genau das was ich will wie gesagt ich war letzte woche am update waren wir hier ich habe gesagt ich will dass der markt hier höher geht in diese grüne zielbox und im besten fall überschießt gucken wir mal was die nächsten stunden und tage bringen bei chain link und ich würde sagen das war es mit dem update video wenn dir dieser content gefällt dann lass doch gerne das kostenlose aber da ein kommentar ein like würde mich in diesem kanal sehr unterstützen dass wir wachsen dass die community wächst und ich für meine stundenlange arbeit hier auf youtube täglich honoriert werde es kostet nichts aber es würde mich einfach unterstützen in dem ganzen was ich hier vor habe und ich würde sagen das war es mit dem update video liebe leute haben wir noch ein bisschen den chart auf damit wir hier den überblick haben besseren und ich würde sagen wir sehen uns heute abend zum nächsten bitcoin und ethereum ich wünsche euch einen wunderschönen dienstag leute und bis zum nächsten update video euer jo macht es gut ciao leute